Na, was war, Ali? Ich bin schon. Ich bin schon bei. Ich bin schon bei. Ich bin schon bei. Auf jeden Fall, der ist nicht schlecht. Oh, halt, noch ein bisschen. Ich weiß, dass er nicht schlecht ist. Ich hab mich auch schon mit dem Spiel gesehen. Du machst was ich will. Genau. Du bist schlecht gewesen. Ich mach explodierter Raum. Du machst auch nicht mehr normal. Ich mach nur noch mehr normal. Ich mach nur noch mehr Raum. Aber du musst es machen. Du musst es machen. Du musst es machen. Du musst es machen. Du bist einfach alles von mir. Ja, so do ich. Du musst es machen. Wir haben das Gelände. Es geht da. Es geht da. Jawohl. Da. Da. Näherungsmine. Näherung? Da. Auch. Näherungsmine. Das ist ja. Schau mal. Schau mal. Schau mal. überlegen. Wer kann jetzt den oben rixen. Der schaut da auch nicht mehr. Kann ich springen oder? Der war jetzt nicht. Oh, du. Was war das? Damit er geteilt hat. Der Wichser. Bei mir ist einer. Bei dir ist auch einer. Das passt. Aber. Ist der Unfall. Ja. Der kann nichts gegen mich machen. Er kommt ja hier nicht raus. Hast du deinen? Wollen wir? Der Mensch mal? Ja. Das sind alle zwei hochkammer. Da im Wichser. Ja. Von mir danach. Ja. Bistest du? Ich. Ja. Lächse. Boah. Halle. Aua! Ja, das passiert immer, wenn es aufsteht. Da kannst du dich erheilen, ohne dass du dich umflexst. Ja. Ja, da kannst du raus. Ja, weil es wieder an den Rosenpunkt wäre, ich denke. Ja. Weißt du, der ältere Karte wird immer einen Bagger raumachen. Ja. Weißt du, was du hier? Wie heißt der? Tiki-Kern. Ja? Ja. Ja, der ist wie oben. Ich hab ein Backpacken, ich hab ihn da nicht mehr. Dann kann ich wieder bei mir hin setzen. Aber ich hör ihn auch nicht. Ich geh ihn jetzt noch da. Ich geh ihn jetzt noch da. Ja. Ja. Bei mir ist auch nicht immer wieder alles begeistert. Okay, dann leg ich Bagger raum. Ich bin Pitty fucking shit. Wau du Bixer! Jetzt habe ich wieder meine Minenrocker! Aua. Jetzt war bei mir. Ich bin nicht richtig getacert. Aber das passt. Das war's eigentlich vielleicht auch mal frei. Unten hab ich was gehört. Ja, ich denk, du brauchst eigentlich nicht mehr da hoch, weil... Ich bin schon weg. Danke. Ich weiß nicht, wenn ich ohne Rutsch bin. Naja, nein, das ist nicht. Hat er passt? Du willst mich einfach generell nicht leiden, gibts zu. Ja, du bist... Na, aber... So, dann endlich! Oh, geht bei mir schon wieder rein. Komm nicht raus, Aldi-Kart! Na, Aldi-Kart war bei mir. Ah, ich weiß nicht. Oh, ich muss mal schauen, dass ich mal wegkomme hier. Der ist ja ja geräusch gemacht, das ist... ... so toll. Und der ist nicht mal in meine Mini rein. Mhm. Ich steh mich jetzt einfach hier hin. Ja, ich hab... Nee, ich steh mich nicht hier hin. Ja, ich hab... Ja, nicht hier hin. Was macht ihm Angst? Weiß ich nicht, warte raus. Das ist der... Das ist der Bagger? Nein, ist er explodiert. Ja. Ist der Bagger? Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß nicht was. Ja, ich weiß nicht mehr was. Ja... Na... Ich habe eine Art Helpe. Ja... Vielleicht der Armstrong krieg ich wieder. Hm, hier hab ich was gehört. Felix vor mir. Ja. Was soll ich denn? Da! Neben mir. Ich hab' einer getellt. Na ja. Mach's dir geschauen. Schau mal. Oh nein. Schau mal. Hä? Ist das auch geschonten? Nee. Bagger am Bagger. Was mach' einer? Nee, die Minie klebt ja noch dran. Ach so. Mach's gut da rein, oder was? Nee, wir machen's heute auch, aber da geht keiner. Da geht nie einer. Nee. 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 Ich hab' mir jetzt hier hin, das macht wohl am meisten Angst. Vor allem. Er kann nicht, er kann ja nicht einmal vorbei. Unne mich zu tasen. Oder zu schlagen. Ja. Ja. Meinerl ist so'n Arschloch. Ich hab' mir... Ich hab' mir im Laser drin. Ich hab' mir im Laser gesehen. Ach, hast du Milch drin? Ja. Hä? Sag mal, ich denk' der Schwestfühler nach mir. Schau' noch mal ans Fuder vor sich. Na ja, warte mir die... Ich hab' mir's vor. Wir haben's vor, ja. Die hab' mir jetzt vor, ja. Die, die Kleine. Ich hab' mir's vor, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das hier noch da oben? Ist das da mir? Das ist das hinten, ja. Über mir, hinter mir. Das ist das hinten, ja. Über mir, hinter mir. Ich hab' mir hier drunter. Nimm ihn aber nicht entfernen. Der ist hinten gegangen. Ja, was? Ah, der bei mir ist vor mir. Oh! Nein, nein, nein! Ich muss ins Gase gehen. Wird gehackt? Ja, der hat abgebrochen. Das war bei mir. Ich hab's aber noch geschafft. Da ist ein Lock. Ah, fack, dann hab ich den Scheiß. Da ist Mutters drin. Einige Räume haben wir noch. Ach, Citycam hat er. Wo? Komm raus! Komm raus! Komm raus! Wo immer du steigst! Ja, solange er da drin hockt, kann er ja nichts machen. Ja, was zum Beispiel Alkoholismus hat mit dem Fitzcrack. Hahaha! Aber da weiß man nicht weg sein. Bist du ruhig hin? Das spart nicht. Du hast Gasmasken, ich renne dir eine. Ist das eine Gasmaske? Die war auch egal. Die Frage, die ich jetzt aber noch drin hab. Das ist das Problem. Da ist er! Hast du einen, oder was? Ja, da holt er aus. Der hätte einfach Zeit lang hinten hocken bleiben müssen. Dann hätte ich nicht gewusst, ja, ist er draußen oder nicht. Das war, wäre gut gewesen. Was zum Beispiel auch cool ist an dem ist, dass er die dann Volt durchzeigen kann. Ja. Ja, du musst halt äh, äh, grapschen und dann deine, deine Faust machen. Den, den anderen Skirt. Hm. Du willst ihn gleich hoch halt. Das ist ganz einfach, du musst einfach ähm, W, Q und R. W, Q, R. Grapschen, hochschlagen und dann noch ein Ulti. Das ist der Stromschlag. So, ja. Mach nochmal 325 oder sowas. Das sind insgesamt 657 Schaden. Also da geht schon ein bisschen was. Ah, bei mir ist wieder einer. Ja, der steht hier. Ja, direkt bei mir. Oh, ich verkeh ihn mal. Was willst du das? Ich bin ja auch noch allein. Ich auch nicht. Zwei bei mir, zwei bei mir. Ja, ich komm von Transport. Ah, da hab ich geschlagen. Ich komm. Der wollte hacken, obwohl hier dicht ist. Der ist ausgeron. Ja, der kommt. Es ist schön endlich drin. Gut, geh. Das schaffen sie nicht mehr. Bam. Ah, das wird alles noch riecht, das wird alles noch riecht. Schau mal, knall, knall. Na ja, und so mal. Bist du tot? Ja, und verloren. Fast nicht grad vom Zubo vernichtet. Verloren. Ich glaub, jetzt ist verloren. Ah, belastet. Äh, ja auch. Und wann können wir nicht spielen? Ja, weißt du, ich hab wieder zu früh in Arbeit gewusst. Nicht so spät von der Arbeit kommen. Nein, wir spielen wechseln. Spiel wechseln? Wir wechseln doch jetzt, äh... Dings. Wollen wir auch Loks entspannen, oder was? Ijo, Loks fallen. Oder wir spielen alle LOL. Mit dem? Nein, der alte Karte, äh... Das war ein ultimative LOL-Spuler. Das ist der Tank. Und den wollen wir alles abnehmen. Der Esel. Der Pack-Esel.